Es war einmal ein Flötenspieler. Och, der konnte spielen. Oh, so wunderbar. Alle Leute, die ihm zuhörten, die waren sofort glücklich und zufrieden. Und so reiste der Flötenspieler in der Welt herum, spielte in den Dörfern und in den Städten und damit verdiente er sein Geld. Eines Abends kam er auch so auf einen Pächtershof. Und dort übernachtete er, weil das nächste Dorf war zu weit entfernt. Der Pächter war sehr freundlich, ließ ihn mit sich speisen. Und als sie schließlich gegessen hatten, da bat der Pächter, den Flötenspieler ihm etwas vorzuspielen. Das tat der Musikant sehr gerne. Und während er das tat, da schaute er zum Fenster hinaus und sah, gar nicht weit entfernt, im Scheine des Mondes eine alte Burg, die teilweise in Trümmern zu liegen schien. Als er fertig gespielt hatte, fragte er den Pächter, was ist das für ein altes Schloss oder für eine alte Burg? Wer hat dort gewohnt? Ach, sagte der Pächter, vor vielen, vielen Jahren hat ein Graf dort gelebt, sehr reich, aber auch sehr geizig. Er hat seine Untertanen geplagt. Ach, er hat niemandem ein Almosen gegeben. Und irgendwann ist er gestorben, ohne Erben, weil er hat ja aus lauter Geiz auch niemals geheiratet. Und da kamen die nächsten Verwandten und wollten die Erbschaft in Besitz nehmen, aber sie haben nichts gefunden, kein bisschen. Und bis heute wird behauptet, der alte Geizhals müsse den Schatz vergraben haben. Vielleicht liegt er noch unten im Schloss. Aber es haben schon viele, viele Menschen versucht, in die alte Burg zu gelangen. Niemand ist wieder zum Vorschein gekommen. Und daher ist es jetzt verboten, in dieses alte Schloss zu gehen. Der Musikant hatte aufmerksam zugehört. Und als der Pächter schließlich zu Ende erzählt hatte, da sagte der Musikant, Ach, ja, ich möchte auch mal hineingehen. Ich bin mutig, ich habe keine Angst. Nein, tu das nicht. Aber der Pächter konnte reden, so viel wie er wollte. Der Musikant wollte ins Schloss. Zwei Knechte des Pächters, die haben mit ein paar Laternen den Musikanten begleitet. Bis an die Mauern des alten, schaurigen Schlosses. Dann schickte er sie wieder zurück, ließ sich aber eine der Laternen geben. Und so stieg er mutig die hohen Treppen hinauf. Und als er oben ankam, da öffnete er die Türe und stand in einem großen Saal. Ringsum waren viele, viele andere Türen. Er öffnete die erste Türe und fand einen Stuhl und einen Tisch. Auf den Tisch stellte er sein Licht, auf den Stuhl setzte er sich, und dann begann er zu spielen. Und er flötete und flötete. Das wiederum hörte der Pächter und das beruhigte ihn, denn er konnte die ganze Nacht vor lauter Sorgen nicht schlafen. Und so hatte er das Fenster geöffnet und jetzt freute er sich, dass er seinen Gast spielen hörte. Doch als die Uhr elf schlug, verstummte das Flötenspiel und der Pächter erschrak und dachte, jetzt hat's ihn erwischt. Doch der Musikant, der hatte einfach gespielt und gespielt und dann hatte er Hunger verspürt und machte sich auf die Suche, ob es nicht irgendwo etwas zu essen gäbe. Und tatsächlich, in einem der vielen Zimmer, da erblickte er einen Topf voller ungekochter Linsen. Auf einem anderen Tisch stand ein Gefäß voll Wasser, eines voll Salz und eine Flasche Wein. Und so goss er geschwind das Wasser über die Linsen, tat noch etwas Salz dazu und stellte alles aufs Feuer. Und so kochte er sich eine Linsensuppe. Während die Linsen kochten, trank er schon mal von dem Wein, spielte wieder ein bisschen Flöte und als dann die Suppe fertig war, nahm er sie vom Feuer und stellte den Topf auf einen Tisch. Jetzt schaute er auf seine Uhr und es war genau Mitternacht. Da gingen plötzlich die Türe auf, zwei lange, dürre Männer traten hinein und trugen eine Totenbare, auf der ein Sarg stand. Diesen stellten sie ohne ein Wort zu sagen vor den Musikanten und gingen genauso lautlos, wie sie gekommen waren. Der Musikant ließ sich aber nicht beim Essen stören. Als sich die Männer nun entfernt hatten, da erst stand er auf und öffnete den Sarg. Darin lag ein altes Männchen, ganz klein und verhutzelt, mit grauen Haaren und grauem Bart. Aber der Bursche fürchtete sich nicht, sondern nein, im Gegenteil, er nahm das Männchen heraus, setzte es an den Ofen und kaum, dass es ein wenig erwärmt wurde, da regte sich auch schon Leben in ihm. Daraufhin gab der Musikant dem Männchen Linsen zu essen. Ja, er fütterte ihn wie eine Mutter ihr Kind. Da wurde das Männchen ganz lebhaft. Folge mir, folge mir! Das Männchen ging voran und der Bursche, der nahm seine Laterne und folgte ihm. Das Männchen führte den Musikanten in einen tiefen, tiefen Keller. Und hier lag mit einem Mal ein großer Haufen Geld. Teile mir diesen Haufen in zwei ganz gleiche Teile. Aber, dass nichts übrig bleibt, sonst bringe ich dich ums Leben. Der Musikant lächelte bloß und begann gleich zu zählen. Bald schon hatte er zwei gleich große Haufen. Doch ganz zum Schluss, da war noch ein Geldstück übrig. Was sollte er damit tun? Aber dann nahm er sein Taschenmesser, setzte es auf das Geldstück mit der Schneide und schlug, weil er noch einen Hammer dort fand, das Geldstück in zwei. Die eine Hälfte legte er auf den einen, den anderen auf den anderen Haufen Geld. Da wurde das Männchen ganz heiter. Oh, du hast mich erlöst! Schon hundert Jahre muss ich meinen Schatz bewachen, den ich aus Geiz zusammengescharrt habe, bis es endlich jemandem gelingt, das Geld in zwei gleiche Teile zu teilen. Bislang ist es niemandem gelungen und ich habe sie alle erwürgen müssen. Der eine Haufen Geld ist deiner, den anderen aber Teile unter die Armen. Du hast mich erlöst! Und darauf verschwand das Männchen. Der Bursche aber stieg die Treppe hinauf und spielte dabei lustige Stücke auf seiner Flöte. Und da freute sich der Pächter, als er ihn wieder spielen hörte. Gleich am nächsten Morgen ging er zum Schloss und begrüßte den Burschen voller Freude. Dieser erzählte ihm die Geschichte und dann gingen sie hinunter zum Schatz und taten, wie das Männchen befohlen hatte. Den einen Haufen, den behielt der Musikant, den anderen verteilte er unter die Armen. Das Schloss, das ließ er niederreißen, baute an dieser Stelle ein neues, wunderschönes Haus und dort lebte er und machte weiter. Musik!